Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ich möchte euch hier mit dem Adidas Adizero Adios 2 einen echten Renner vorstellen. Der Schuh, den auch Weltklasse-Läufer Heilige Bristelassi läuft, steht wie kaum ein anderer für den schnellen Wettkampf. Beim Federgewicht wurde dabei auf alles Überflüssige verzichtet. Dafür kommen Technologien zum Einsatz, die schnelles Tempo unterstützen. Die aktive Dämpfung Adipren Plus hier unterm Vorfuß sorgt für effektive Abschlusskraft und eine besonders dynamische Bewegung. Das dünne Mesh-Obermaterial umschließt deinen Fuß und sorgt zusammen mit der Verstärkung im Fersenbereich für einen festen Sitz. Mit dem Adidas Torschen-System wird dein Fuß gestützt und gleichzeitig aber eine natürliche Abrollbewegung gewährleistet. Und so entsteht ein leichtes, flexibles Laufgefühl, das einfach Lust macht, an der Temposchraube zu drehen. Einen schnellen Schuh läuft man ja in erster Linie auf festen Untergründen. Besonders feuchter Asphalt kann das Laufen da schon mal zur Rutschpartie werden lassen. Die spezielle Continental-Gummi-Außensohle aber gibt dir auf jedem Untergrund den nötigen Grip. Der Adidas Adiziro Adios 2 steht für schnelle Einheiten im Training oder Wettkampf und begeistert alle ambitionierten Neutralläufer. Du bekommst dieses schnelle Leichtgewicht in allen Runners Point Filialen oder direkt hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.